Ein besonders schmuckes Ferien- und Urlaubsdomizil ist das Gästehaus Tschickerl in der südoststeinischen Kur- und Thermenstadt Bad Radkersburg. Renate und Peter Tschickerl bieten den Gästen vier Ferienwohnungen mit je rund 50 Quadratmetern und ein Apartment mit ca. 30 Quadratmetern. Die geschmackvoll eingerichteten Wohnungen umfassen einen kleinen Vorraum, ein Wohnzimmer, ein getrenntes Schlafzimmer, eine komplett ausgestattete Küche sowie ein Badezimmer. Mit einer ausziehbaren Couch bieten diese Wohnungen Platz für bis zu vier Personen. Für beste Erholung und Entspannung sorgen eine überdachte Terrasse und ein großer gepflegter Garten mit ausreichenden Spiel- und Unterhaltungsmöglichkeiten für die kleinen Gäste. Besonders Kinder haben viel Freude mit den hauseigenen Kleintieren. Mitreisende Haustiere sind ebenfalls herzlich willkommen. Sportliche Gäste können den hauseigenen Tennisplatz benutzen. Natürlich kostenlos. Mit dem Fahrrad erkundet man auf hervorragend beschilderten Radwegen die sanfte südoststärische Hügellandschaft rund um die Thermenstadt oder macht einen kleinen Abstecher in das benachbarte Slowenien. Das Gästehaus Tschickerl liegt in der Thermenstraße, bis zur Parktherme sind es nur ca. 300 Meter. Die historische Altstadt befindet sich in Sichtweite und ist zu Fuß in wenigen Minuten erreichbar. Rund 400 Meter ist es bis zu den nahegelegenen Einkaufszentren. An Launsommerabenden werden Grillabende veranstaltet. Gäste können sich natürlich auch selbst als Grillmeister versuchen. Gastfreundlichkeit, Gemütlichkeit, Ruhe und Erholung werden im Gästehaus Tschickerl großgeschrieben. Alle weiteren Informationen gibt es auf der Internetseite www.tschickerl.eu und erfolgt.